Ich fasse noch einen Crash mit dem anderen Flugzeuger auf. Es ist doch kein Schaden hier. So, Cloud wechselt gerade durch und sucht sich sein richtiges MG, das er haben möchte. So, kann es losgehen los und wenn, wohin? Äh, ja, losgehen kann es. Und ich würde sagen, so ein schönes Seitengebiet hier, ne? Ah, Südosten. Ah, Südosten sagst du? Okay. Südosten. Ich bin so der Pilot, Loss ist der Fahrer, was Bodenfahrzeuge angeht und Cloud kann gar nichts. Ähm, du weißt, dass wir hier nicht weiter können, ne? Ich hab's gerade gesehen. Glücklicherweise hab ich's gerade gesehen. Weißt du, wie knapp du gerade daran vorbeigeflogen bist, ne? Ja, weiß ich. Aber deswegen ist halt, dass ich nicht besonders viel sehen kann, ne? Alles klar, ist schon ein paar Schuhe, paar Schuhe. Wie kann man erstmal da runter? Na, gucken wir mal da weiter. So, der Südosten. So, stopp, 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 reicht schon, reicht schon, reicht schon, reicht schon. Reicht schon? Reicht schon. Für das bisschen wäre jetzt nicht ehrlich zu genommen. Nein, ich mein, vom Drehen her, du sollst weiterfliegen. Also, ich dachte, ich dachte gerade. Fliegst du weiter nach links? Weiter nach rechts rüber? Ja, hier. Noch ein Stück? Ich brauch meine Instrumente, deshalb muss ich so fliegen. So. Alles klar, reicht. So, wir gewinnen jetzt ein bisschen an Höhe. Geben ein bisschen Gas. Das Geil ist, wenn man, guck mal, die Reisesteuerung ist via SD, Space und SCGC, ne? Aber die Steuerung, wenn du im Kampf bist, da kannst du nur die Maus benutzen. Also Maus und W und S. Weil, du kannst mit WA SD halt viel langsamer reagieren. Oh Mann. Ja. Und man kommt halt, wenn ich SDG drücke, komme ich so schnell runter. Und wenn ich, äh, wenn ich die Maus benutze, komme ich so schnell runter. Wenn du was hochziehen würdest. Und ich komme auch so schnell hoch, wenn ich die Maus benutze. So, ist irgendwas weiter südlich, bitte? So, reicht, 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 reicht. Da ist ein Schild, ne? Da können wir wieder parken. Na, das ist eine gute Idee. Aber dann machen wir es ein bisschen zuerst, dann fliege ich mit dem Ding auf dich raus. Wir parken auf dem Felsen rechts daneben. So, dahinter. Alles klar. Rechts davon etwas weiter. Felsvorsprung, der da ist. Kann man hoch drauf parken. Wir sind schon fast da übrigens, ne? Meinst du den Felsvorsprung rechts davon? Welchen davon meinst du? Du musst nach rechts drüber. Meinst du den da? Werd mal langsamer, werd mal langsamer, bitte. Mal dran vorbei wieder. Achso, wir sind schnell noch vorbei? Nein, ich bin ausgesprungen! Also, ich bin schon mal unten. Deine Keine Rolle bewegt sich noch. Direkt rechts von uns. Komm, bitte zu uns. Ich bin aus meiner Seele rausgesprungen. Ja, dann lande mal hier. Auf der Brücke? Ja, klar. Nein, lande einfach direkt hier, wo wir sind. Hier, wo wir sind. Einfach landen. Ich komme. Gegnerischer Vetter, hinter euch. Hier, ich kann schießen und ich senke meine Zeit den Flug. Ich werde beschossen. Auch gerade. Kannst du mal gucken, wie ich lande? Ich bin mitten auf dem Felsen gelandet. Ich kann doch nachlade. Ich gucke nicht drauf, aber wir sind selber rumlos. Aber das ist ein bisschen knapp. Genau hier. Ich kann nur hier landen, wo ich jetzt gerade stehe. Woanders kann ich nicht landen. Also, daneben. Direkt raus, wenn du gelandet bist. Ich glaube, du stehst nämlich schief. Nein, nein, ich stehe nicht schief. So, alles klar. Können wir nochmal mal nutzen. Wir sind eh hier unten, hier richtig. Wenn wir uns nochmal brauchen. Für 20 Minuten steht hier rumlos. Also, wenn wir sie brauchen, dann einfach wir sie benutzen. Cloud down, cloud down. Ist das mein Problem? Ja, wir müssen jetzt voll nach Norden eigentlich. Wo sind wir denn? Cloud down, cloud down. Cloud down. We've got a problem. Wo habt ihr denn gelandet? Ja, deswegen ist ein bisschen was weit weggeparkt. Ach, der hatte gerade noch ein Problem. Wir können gerne nochmal fliegen los. Das ist kein Ding. Ab rein. Ihr habt beim Gegner gefahrt, ne? Ja, ja. Ich lasse den da jetzt eiskalt stehen, der andere Typ. Ah, nein. Aber gut, der hätte ja nie mitbekommen. Rechts und dann. Ah, kill ist es für die Galaxy übrigens. Nach rechts und wo lang? Rechts, 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 rechts. Immer weiter rechts, immer weiter rechts, immer weiter rechts. Da zu dem kleinen Dorf, oder was? Weiter, 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 stopp. Da hin. Da ist zu dem großen Ding? Alles klar. Ja, in die Richtung zumindest. Prob in die Richtung erstmal. Landest du da? Ich flieg ein bisschen langsamer, ne? Ja, genau. Flieg nicht allzu schnell. So auf 80 kmh. Links, links, links. Noch was weiter. Der Bar ist da unten. Ja, die in der Mitte meinst du, oder? Nein, die müssen jetzt glaube ich schon sogar unter uns sein. Weil. Oh ja. Ja, wenn du dein Heck hoch tust, kann ich sie nicht sehen. Ja, aber ich. Lande mal. Ich brems gerade. Wir sind hier gerade am Einnehmen. Ja, ich komme hier nicht mehr weg. Hier sind überall Max-Einheiten alles. Eben die daneben ein. Ich vermute meine Instrumente ein bisschen. So. Ich habe die Instrumente da nur, weil ich drinne bin. Das ist das Ding. Wenn ich in der Außen, also ich bin, sehe ich nicht, wie viel Grad ich gerade stehe und so. Wir werden auch einen Felsen langen, aber es macht nichts. Ja, doch, es macht schon was. Ich will die saubere Handlung hinlegen. So. Wir müssen runter, Jungen. Wir werden beschossen. Ja. Ja, deswegen sage ich ja, wir müssen runter. Das ist nicht möglich. Es wird eine etwas harte Landung, aber eine gute Landung. Ich bin mal ausgestiegen, ne? Einfach mal so frei. Ja, wir stehen doch auch gut. Komm, die steht fast perfekt los. Macht zwar keinen Schaden, aber ich... Weil das verunsichert sie ein bisschen. Vor allem, dass wir beschossen wurden, aber passt schon. Eine andere Galaxie, das überleben wir eine leider nicht. Glaube ich zumindest nicht. Lauf schon. Obwohl, können wir nicht eigentlich in meine Galaxie gehen und von da aus schießen? Nein, theoretisch ja. Wenn wir es dann schon mal einzunehmen. Ja, dann mache ich das mal. Ich glaube, du brauchst gerade, ne? Ich gehe mal an das eine MG von meiner Galaxie. Wollt ihr zu? Ich mach da. Hier sind überall Gegner. Oh, da ist die Galaxie. Wo ist sie denn? Ja, der ist aber nicht so gut im Land. Der hat aufgestürzt, glaube ich. Habe ich gesehen. Aber das ist ein Typ. Verdammt. Mach'n Blatt, mach'n Blatt. Ja, also ich sehe den nicht von meinem, von meinem, von meinem, jetzt kann ich ihn sehen. Aber jetzt ist er weg, ja, jetzt ist er weg. Wunderbar. Ja, dann komm raus und komm hier zu mir. Ne, ne, das hübschste da noch. Cool. Währenddessen zerstöre ich gerade beim Gegner in der Basis schnellen Panzer, der hier einfach so dumm stimmt. Das war der Monitor in der Mitte, weißt du was? Ja, Paul. Jungs, wo seid ihr? Alles klar, ist down. Sehr gut. Jungs, wo seid ihr? Komm hier hin zum Einnehmen, bitte. Jungs, wo seid ihr? Ich habe keinen Einnahmezeiger. Ich habe aber verloren. Na, dem wird immer so ein paar Wachse, oder? Ihr seid in der falschen Richtung. Ach, die Karte zu groß. Was? Die Karte zu groß gehabt. Deswegen habe ich es nicht gesehen. Ah. Was war das? Verdammt. Was war was? Jungs, wo seid ihr? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich sehe noch nicht mal eure Namen mehr. Dann drückst du kurz M und guckst nach. Der Straße folgend Richtung Süden. Die Straße ist nur nach Westen. Lars, schaffst du das Kappen auch alleine? Ich gehe erstmal Richtung Westen und dann Richtung Süden. Lars, schaffst du das Kappen auch alleine, weil dann würde ich kurz die Galaxy reparieren. Oh, fuck, die ist fast down. Oh, das ist fast down, aber... Oh ja, sie ist gleich, sie ist gleich down. Das ist noch eine gegnerische Basis. Ich wurde hier gerade voll beschossen, ich bin fast... Nein, mein Schiff geht kaputt. Ja, da muss man gleich machen. Warte. Wo bin ich da? Ach, da hinten seid ihr. Warum werdet ihr mir nicht angezeigt? Wechseln. Was ist es nicht geil, dass es heilen prozentual geht, wie ich gerade sehe. Und prozentual heile ich viel mehr als die Schaden machen. Sehr gut. Das ist noch eine gegnerische Basis. Aber sie geht jetzt trotzdem daumen bei wohl noch... Ja, da schießt ein bisschen mehr als nur eine Sache auf die. Fuck. Und das war unsere Galaxy-Loss. Ah, hier stand die Galaxy. Ich bin an der Galaxy. Und ihr seid auf der anderen Seite der Basis, ihr könnt mich mal. Das schaffe ich doch niemals. Oh, fuck, da kommt gerade ein Flugzeug runter neben mir. Alter, ich bin fast down. Er ist gerade im Baum gelandet. Ich weiß, ich hab's gesehen, der hat volles Geld dazu. Ich schieße drauf. Down. Ja, was für ein Schwachkopf das... Da war uns okay, geil. Ich sehe euch immer noch nicht. Rappst du mich mal, hätte ich fast gesagt. Wieso sehe ich euch nicht? Danke sehr, Loss. Das sag ich einmal neu. Das hätte ich zu gerne gesehen, wie der dagegen gefahren wäre. Aber jetzt, jetzt, jetzt sehe ich euch. Haben sie. Wir lassen unsere Galaxy weg, ey. Scheiße. Ja, warte mal noch mal kurz auf Cloud hier, ne? Wenn ich nicht irgendwo einen Fahrzeug spawnen fang, also da hinten. Hier kannst du Sunderer spawnen. Ich hab's schon gesehen. Ich komme, ich komme. Deathwing, komm mir entgegen. Okay. Und wäre super. WTF? Alter. WTF? Ich hab ne scheiß Pistole in der Hand. Und mit was schießt er? Loss, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Oh, ich dachte... Deswegen sollte ich nicht herumfeiern wie die Bescheid. Ja, ich... Siehste, Cloud, deshalb. Aber wir können ja spawnen, Loss, macht ja nichts. Ja, das war jetzt ganz geringfügig fail. Wo spawnt ihr? Direkt hier an der Basis. Ja, ich bin da. Ich hab gesagt, kommt mir entgegen. Oh, fuck ja, dieses F. Ah ja, ich komme jetzt schon. Ich musste gerade nachladen, deshalb. Ich hab auch noch extra gesagt, kommt mir entgegen. Ich bin schon fast da. Down. Boah, der Kill hat zwei Punkte gebracht. Der Film, kommst du? Ja, ich wollte jetzt zum Sunrunner. Oh, da kommt ne Galaxy. Ja, die geht doch gerade ein. Da kommt ne generische Galaxy. Kommst du jetzt? Ja. Ich bin fast down. Ach so, du willst gerappt werden, sag das doch. Ja. Ich möchte... Ich dachte, du meinst, wir sollen einnehmen. Oh, du hättest Kinder verwehrt. Ja, wunderbar. Sonst will ich von dir, wenn ich sage, komm mal her. Ich brauche Munition. Ja, also muss ich vollrappen. So, Munition bitte. Deswegen nicht blödsinnig herumballern, wenn wir noch im gegnerischen Gebiet sind halt. Er hat auf mich geschossen. Ja, es galt an, dass ich beide hier. Da schneide ich raus. Wo ist Christoph? Du hast denn, super. Nein, ich mein, meine Schüsse schneide ich raus, sodass es aussehen, als ob Cloud es erst geschossen hätte. Und da schneide ich es auch raus, als ich es gesagt habe. Doch, ich brauche bitte mal Munition. Womit ich sagen will, dass ich nichts rausschneide, weil mir das völlig scheißegal ist. Hey, der Swing, komm schon mal rüber. Ja, ich bin doch gar nicht am laufen. Oh, ich habe mal geschossen. Irgendwo hier. Ja. Irgendwo hier, was für eine Beschreibung. Ja, ich sehe es nicht, ich sehe es nicht. Die sind immer gefällig, deswegen sehe ich ihn auch nicht. Ich verkehrte die Munition hinterher. Ja, der ist sowieso tot. Ich weiß, ich fachs ja trotzdem hin. Ich nehme das Ding nicht ein. Ich aber. Ich weiß, man hat vor dieser Scharfschütze hängt. Ich weiß, wo er hängt. Ich habe gerade gesehen. Ja, er weiß auf dem Fall, wo ich saß. Ja, ich habe auch 21% von Clouds Strides dafür bekommen, ne? Habt ihr ihn oder habt ihr ihn nicht? Ich habe ihn nicht. Oh Gott, es war ein schneller. Ja, dies im Krieg auch jeden meiner Klicks, das ist mir aufgefallen, im D.O.T. Ich stelle dir trotzdem ein, Christoph. Ja? Was soll's? Ja. Achso, jetzt nach 40 Minuten fängt mir noch einmal zu sagen, dass es auch Cuts gibt zwischen der einzelnen Parts. Das heißt, ich werde nicht nach dem Platz sein. Das ist der nächste Mal. Er ist weg schon. Schon wieder abgehauen. Ich habe ihn. Hast du ihn? Er ist weg. Ich habe ihn. Er läuft weg von mir. Ich bin zu... Granate hatte geschissen. Im Haus. Weil er hinten raus hat, ist er tot. Hinter mir, hinter mir. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ja, ich bin doch schon gekommen. Wir sind schon auf dem Weg. Wir sind schon auf dem Weg. Weil ich der Sniper. Ne, der Sniper ist rausgelaufen. Die Tür raus, recht. Oh, der hat dann eine Mine gelegt. Mine gelegt. Extra für mich. Ich würde sagen, er hätte unser Max mal vorlaufen müssen. Ja, der ist hier nach rechts gelaufen. Ja, das macht nichts. Wir haben da ein Fahrzeug stehen. Macht das direkt weg. Wer hat ihn gefunden? Ja, hinter uns auch einer. Hinter ist auch einer. Komm, jetzt auch wieder. Ich glaube, ich kann nichts machen. Ich bin fast down. Ja, ja. Ich muss warten, bis mein Schild wieder hochkommt. Um wieder einzunehmen. Jetzt guck ich mal noch die Ecke. So, einmal nachladen, bitte. Einmal bitte füllen. Seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Da ist irgendwo einer. Ami? Ja, heil mich doch. Geh extra vor dir. Ja, ich schick dich gar nicht rein. Jetzt. Hast du das hier sehen? So macht man es mit der Max-Einheit. Na, ich bin auf so eine fetten Säcke. Weiter geht's. So. Und jetzt kommen wir auf die Pfanne. Warte, warte, warte. Brauchst du Moni hier? Ey. Was ist tot? Jetzt hab ich schon Moni geplantet. Danke sehr. Moni, 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 wo, was, wie? Siehst du doch, das ist ein Zeichen. Danke sehr. Alter, wie viele Moni hast du verbraucht? Oh, vier Magazine. Fünf meine ich. Oh, nicht schlecht. Vier Magazine waren das.